hallo leute es ist montag und bisher war mein montag gar nicht so entspannt also doch es war schon entspannt weil ich sag ja immer montag mein zweiter sonntag und so aber ich habe trotzdem ein bisschen was gemacht ich bin heute leider nicht 38 aufgestanden irgendwie konnte ich nicht und ich glaube um neun auch nicht bin im endeffekt um zehn aufgestanden ja sorry aber irgendwie ich weiß nicht heute ging das irgendwie gar nicht ich versuche es auf jeden fall die nächsten tage wenn ich nicht zu drehs fahre weil da muss ich ja teilweise ja trotzdem früher aufstehen versuche ich halt trotzdem irgendwie es noch mal hinzukriegen ich weiß nicht warum es nicht ging ich habe keine ahnung und ich jetzt teilweise auch die ganze zeit übel müde ich muss auch immer wieder anfangen morgens kaffee zu trinken weil ich merke es tut mir gut ich weiß man sollte es vielleicht auch nicht übertreiben und es ist dann dementsprechend auch nicht so gut immer kaffee zu trinken aber egal ich weiß aber dass ich mich fitter fühle wirklich wenn ich morgens kaffee trinke und das sollte ich vielleicht mal wieder anfangen eine zeit lang habe ich regelmäßig gemacht dann wieder eher unregelmäßig dann mal so mal so ich glaube es ist echt das besser wenn ich mal wieder anfange ich habe frühstück gegessen aber bin ich dann runter gegangen mein vater war auch da haben wir ein bisschen gequatscht ich habe cornflakes gegessen und dann bin ich hier hoch und habe glaube ich eigentlich schon wieder zwei folgen von luke die woche und ich noch aus der vierten staffel geguckt das heißt ich habe jetzt insgesamt die erste folge zweite folge und die dritte folge insgesamt geguckt ja ich weiß nicht ob ich heute noch einfach weiter gucke weil die gehen eigentlich immer relativ fix sind ja nur so immer also die folge ging jetzt glaube ich 55 minuten sonst gehen die aber glaube ich auch immer nur so um die 45 minuten das ist immer so ich glaube immer so in dem dreh und ich glaube das ist eigentlich voll entspannt und wenn ich die zeit dazu habe und umso schneller ich das gucke durchgucke es kommt jetzt auch in die nächste folge nennt sich auch nicht direkt luk die woche und ich das kommt aber dabei und das ist aber luk die 90er und ich war trotzdem mega geil und so viel ich wie ich auch in letzter zeit schon wieder gelacht habe das ist einfach so gut und danach will ich ja gerne luk die schule und ich gucken ich weiß nicht wie viele staffeln das da mittlerweile gibt aber da würde ich halt gern alle folgen gucken dann unter anderem noch luk die wm und ich das was es mittlerweile gibt und ich glaube es gibt auch schon wieder eine fünfte staffel von luk die woche und ich klar gibt es noch nicht viele folgen glaube ich wenn ich mich nicht irre zwei oder drei aber die will ich dann bestimmt auch irgendwann gucken und umso schneller ich durchkomme umso besser ich werde wahrscheinlich dass die luk sachen auch auf meiner serienliste drauf stehen lassen ich habe mir das jetzt eigentlich nur als erinnerung dazwischen geschoben aber falls ich immer mal wieder zwischendurch alte serien durchgucke dass man dann vielleicht immer mal wieder auch bei luk reinguckt weil ich gucke ja wirklich kein fernsehen mehr und deswegen ist das gute dass man das alles online gucken kann das finde ich sehr sehr gut dass sie das alles online in den mediatheken zur verfügung stellen und scheinbar relativ lange also weil ich sag mal so luk die woche und ich die vierte staffel war glaube ich ende 2017 wenn ich mich nicht irre und wir haben jetzt zu meinem datum gerade schon wieder juni 2018 also es ist eigentlich ganz cool und ich glaube man kann sich bestimmt auch die ersten staffeln und so bestimmt angucken also deswegen finde ich gar nicht so scheiße und sondern eher ganz cool ja und als ich das durch hatte dann habe ich mittag gegessen instant nudeln ja instant nudeln for the win und so ich liebe instant nudeln und dann habe ich mir eigentlich schon musik angemacht und habe mich wieder ein bisschen um meinen kleiderschrank kümmern das habe ich mir gestern schon vorgenommen dass ich heute mich mal wieder ein bisschen um meinen kleiderschrank kümmer ich habe heute auch gleich mal geguckt weil ich ja mal letzte woche habe ich doch alle cds von meinen eltern eingescannt für momox und dann wollte ich das jetzt mal vergleichen mit rebuy weil momox ja leider nicht alle cds kauft und rebuy hat schon die erste cd die ich eingescannt habe gesagt dass sie den artikel nicht kaufen und dann habe ich gesagt komm dann brauche ich auch den rest nicht einscannen das wäre nur schön wenn halt irgendwo jemand alle cds kauft so ja und dann habe ich gesagt dann setze ich mich jetzt nicht wieder hin und scanne da auch alle anderen ein das bringt mir auch gar nichts ich habe aber diese cd auf jeden fall eingescannt noch mal um zu gucken wie viel die mir geben würden für diese bravo hits eins oder so die ja wofür es bei momox ja am meisten gab bei momox gab es glaube ich 25 euro 8 wenn ich mich richtig entsinne und bei rebuy bei rebuy gibt es dafür glaube ich 15 euro 88 oder so also sogar weniger vielleicht verkaufen wir die cd trotzdem vielleicht noch mal anders bei ebay wie ich das schon mal gesagt habe mal gucken ja deswegen habe ich mich darum dann heute nicht gekümmert weil ich gemerkt habe okay es bringt dann auch nichts mal sehen was wir am ende machen ich habe aber dafür meinen kleiner schrank so ein bisschen wieder ordentlich sortiert das heißt ich habe doch den einen tag die ganzen fans darf sachen noch mal ordentlich zusammengelegt und alles ordentlich hingelegt da sieht man jetzt wie viel platz man da eigentlich noch hat dann diese langen armen shirts habe ich auch alle ordentlich sortiert und selbst da habe ich jetzt wieder platz obwohl ich selbst dazwischen durch keinen platz hatte aber da merkt man mal was so unordentliches sortieren oder unordentliches zusammenlegen an platz wegnimmt und ordentliches zusammenlegen wieder an platz spart dann habe ich vorhin nämlich einfach noch meine ganzen pullover ordentlich sortiert gut da habe ich wirklich keinen platz mehr pullover sind auch sehr dick aber ich brauche auch keine mehr die letzte mal wo ich jetzt pullover gekauft habe waren heute auch einfach nur weil ich die geil fand und gedacht habe ich will auch mal was langes kaufen zum beispiel bei fashion nova da habe ich ja die letzten pullover sachen sage ich mal gekauft abgesehen jetzt von fans darf weil ich habe hier auch den pullover fans darf so von ape crime und kelly mrs vlog das ist aber das ist was anderes und ja eigentlich brauche ich dann auch nichts mehr und dann habe ich gedacht und jetzt noch t-shirts und die ganzen träger sachen träger t-shirts alle sortieren ordentlich zusammenlegen habe ich gedacht alter das ist so viel weil ich glaube die beiden kategorien da habe ich wirklich am meisten ja habe ich auch aber es ging eigentlich und dann habe ich die t-shirts sortiert und ihr seht das ist sogar wirklich noch platz was man vorher zwischendurch gar nicht gesehen hat da musste man immer so darunter quetschen gut ich habe jetzt zum beispiel ein t-shirt an es sind wahrscheinlich noch ein paar t-shirts in der wäsche ich weiß nicht vielleicht habe ich mir auch mal wieder ein t-shirt bestellt ich glaube nicht aber vielleicht auch doch keine ahnung deswegen kommt ja eh noch was dazu aber da sieht man mal was ordentlich sortiert wieder was das ausmacht das problem ist nur ich nehme meine klamotten hier nicht von oben runter und sie die an sondern ich ziehe immer mal willkürlich irgendwo was raus ich achte teilweise einfach gar nicht drauf ich mache einfach einfach rausziehen und anziehen und dadurch verrutscht dann irgendwas und wird dann irgendwas wieder unordentlich und ich habe morgens ja meistens nicht die zeit dafür das alles noch mal ordentlich dann rein zu legen deswegen wird das dann alles so unordentlich und dann gibt es ja auch kaum noch platz deswegen eigentlich ganz cool wie viel platz auf einmal wieder ist also für euch ist wahrscheinlich nicht viel platz ihr denkt jetzt so her ist doch nicht viel platz aber für mich ist das viel platz war dafür dass das alles eigentlich dass da gar kein platz mehr vorhanden war und das gleiche auch mit den trägershirts also gut das glaube ich sogar noch weniger platz weil beide haufen bis hier oben hin fast sind weil ich da in letzter zeit auch sehr viel gekauft habe weil ich da eine zeit lang auch nicht viel hatte aber das habe ich jetzt auch mal soweit wie es ging ordentlich gemacht manche trägershirts sind einfach so schwer zusammenzulegen weil er nicht viel stoff ist und man weiß gar nicht wie man das richtig zusammenlegen soll aber selbst da habe ich jetzt wieder ein bisschen platz natürlich es sind auch noch ein paar trägershirts bestimmt in der wäsche das heißt da würde jetzt eh wieder noch was dazu kommen aber ansonsten im großen und ganzen ist das echt ganz geil ich bin ein bisschen stolz auf mich dass ich das mal gemacht habe nachdem ich ja letzte woche diese aufräumaktion hier oben mit dem ganzen staff hatte habe mich jetzt noch mal auch weil ich nicht wusste wohin mit dem ganzen staff habe ich den teilweise weggeschmissen manche sachen wurden von verwandten mitgenommen weil sie wussten wem sie das geben können ich habe die zwei schale schals wie auch immer wollte ich eigentlich auch aussortieren die habe ich dann jetzt aber doch nicht dazu entschieden die einfach zu behalten dann habe ich ja noch diesen schalen und diese stülpen die mir mal gestrickt wurden die hier auch wirklich nicht so wirklich oft trage die habe ich zum beispiel noch nicht weggeschmissen weil mir die hat extra mal gestrickt wurden die liegen jetzt halt noch im gästezimmer wenn sich jemand dafür findet der hier zu uns zu besuch kommt und der die gern haben möchte ich sehr sehr gerne ansonsten würde ich sogar überlegen das ganze zu verkaufen weil ich das teilweise glaube ich sogar gar nicht oder fast gar nicht getragen habe oder wirklich so so selten und deswegen dachte ich mir zum wegschmeißen wäre es mir eh zu schade meine kleider kann ich hier auf jeden fall nicht sortieren weil ja funktioniert einfach nicht ich hänge auch teilweise alle kleider über einen haken aber einfach nur nicht weil wir nicht genug kleiderhaken da haben wir haben genug kleiderbügel kleiderhaken kleiderbügel meine ich genug kleiderbügel da aber es passen irgendwann ja hier keine mehr rein deswegen siehst du das kleid wollte ich eigentlich auch wieder extra hier rauf hängen mit bei dem weicher bär das kleid hier habe ich auch noch mal in der farbe und das ist genau das gleiche weil das eine meins ist und das andere hat mir mal meine cousine geschenkt weil sie das gleiche sich halt in einer anderen farbe gekauft hat weil das haben wir früher oft gemacht dass wir uns die gleichen klamotten gekauft haben oder teilweise wenn es die in zwei verschiedenen farben gab meistens in pink oder türkis oder pink und blau oder was auch immer hat sie sich meistens die blaue oder türkise variante geholt und ich mir meistens die halt die rosa oder pinke variante und viele sachen haben mir irgendwann nicht mehr gepasst deswegen hat sie mir dann die immer alle gegeben deswegen habe ich teilweise die klamotten immer doppelt und dreifach beziehungsweise in den gleichen farben wenn es wirklich die gleichen klamotten sind die habe ich dann natürlich nicht genommen weil es nichts bringt dann habe ich jetzt hier oben so ein paar klamotten hingeworfen einfach die eigentlich immer hier mit drin waren aber ich weiß es sind klamotten die ich zwar noch anziehe aber unglaublich selten anziehe deswegen habe ich die einfach mit hier oben hingemacht hier sind immer noch meine kurzen hosen und meine röcke da habe ich jetzt nichts verändert bei meinen leggings auch nichts dahinten ist mein jumpsuit und dazu die passenden schüchchen für zu hause die mir extra gestrickt wurden ja bei meinem jumpsuit weiß ich echt nicht wohin damit deswegen habe ich den einfach immer hier mit hin gemacht weil hinter den leggings einfach noch so platz war meine jeans hosen habe ich jetzt nichts verändert meine bodys und bandos und da hinten sind auch noch so wie nennt man das so eine form unterwäsche und so zeug also alles was so form zeug ist und hat diese coole hose die ich mal bei fashion nova geholt habe diese lange weil ich finde die passt halt nicht so wirklich zu jeans sachen oder so die kann ich hier nicht mit hin machen klar habe ich hier bei jeans hosen auch eine stoff hose aber die zähle ich ein bisschen anders die habe ich aber auch ewig nicht mehr angehabt ja wie gesagt und hier unten habe ich auch nicht viel verändert da sind halt meine schlafsachen und links sind halt links unten sind meine ganzen haussachen also hinten sind meine hosen und hier vorne sind halt die t-shirts teilweise sind wirklich shirts die auch mal da drin waren nur die sind halt entweder schon so ausgeleiert oder so keine ahnung dass sie halt wirklich nur für zu hause sind oder manche sachen sind für meine von meiner mutter die sie mir gegeben hat weil die ihr auch irgendwann nicht mehr gepasst haben und dann habe ich die halt auch teilweise nur als hausshirts getragen ja oder teilweise hat wie gesagt sachen wo flecken drauf sind die ich auch draußen nicht mehr anziehen kann aber dafür dann zu hause anziehe aber hier kann ich auch nicht weiter was verändern weil ich wüsste jetzt nicht was ordentlich zusammenlegen ja vielleicht irgendwann mal aber ich glaube das wurde eh nicht so ordentlich ja gut unterwäsche und socken ist ja das lasse ich ja so hier habe ich ja wie gesagt meine ganzen kopfbedeckungen so caps hüte und so und dahinter sind halt meine ganzen bade sachen da gibt es eigentlich auch nichts zu verändern hier habe ich halt so blusen jumpsuits und alles was so ein bisschen schöner ist habe ich hier drin ja gibt es eigentlich auch nichts weiter zu verändern ist eigentlich auch noch so wie immer hier sind halt meine ganzen jacken und strickjacken da gibt es eigentlich auch nicht wirklich was zu verändern ist halt auch mittlerweile sehr eng geworden weil ich weil ich halt auch viel gekauft habe in letzter zeit an jacken also ich habe in den letzten zwei drei jahren bestimmt mehr jacken gekauft als in meinem ganzen leben ja und dann glaube ich da hinten zwar noch ein paar jacken die ich echt ewig nicht mehr angezogen habe oder die ich gar nicht mehr anziehe aber von manchen sachen kann ich mich einfach nicht trennen die sind halt einfach zu cool ich meine es gibt keinen grund warum ich mir die scheiße gekauft habe ja hier halt meine absatzschuhe hier mit perücken und so kram halt hier noch ein paar andere schuhe und naja es halt viel kartons und so ja hier ist auch so kram aber den möchte ich nicht aussortieren weil ich wüsste auch nicht mal was ich da hin machen soll weil das sind viele schränke wo ich ihn also so fächer wo ich eh teilweise nicht rankomme und deswegen möchte ich das auch nicht aussortieren weil das ist noch so sind sachen aus meiner kindheit und ich finde es schade das irgendwie wegzumachen also ich habe wirklich nur eigentlich die linke seite komplett ordentlich gemacht alles andere habe ich hier nicht verändert in meinem kleiderschrank gut außer dass hier oben halt aber das war ja schon letzte woche aber weil das ja auch der schrank ist wo ich wirklich immer am meisten rangehe t-shirts und so wurde ich mir am meisten raus danach kommen halt dann hosen oder so oder eben haussachen oder hier leggings oder röcke oder je nachdem unterteile halt an oberteile gehe ich wirklich am meisten ran dann kommen wahrscheinlich kleider ist eigentlich auch wirklich nur im sommer gehe ich da ständig ran oder wenn irgendwelche besondere anlässe sind dann gehe ich natürlich auch mal im winter ran und natürlich klar kurz vor winter hole ich meinen kram raus damit ich das nach unten bringen kann wo ich dann unten meine aktuellen sachen drin hat ja hier gehe ich auch wenn dann nur zu besonderen anlässen rein weil hier wirklich meistens nur so schöne klamotten halt drin sind so die man so blusen und so kram bei jumpsuits ziehe ich leider auch im alltag nicht so oft an aber ich hole mir immer welche ich weiß auch nicht aber die sind halt auch schön aber immer so anstrengend ja und bei den jacken gehe ich natürlich auch relativ häufig ran aber da gibt es halt nichts zu verändern da kann ich eben nichts verändern ja aber das ist okay so denke ich bin froh dass ich das überhaupt mal gemacht habe weil sonst komme ich ja nie dazu und überhaupt ich war ja auch so stolz auf mich dass ich letzte woche überhaupt was aussortiert habe und so weil ich mache das sonst immer alles nicht deswegen bin ich ja ein bisschen stolz auf mich dass ich das überhaupt gemacht habe und ja dann war ich heute wenigstens ein bisschen produktiv und habe wirklich nicht gar nichts gemacht und dann habe wenigstens etwas gemacht das ist ganz cool ich warte eigentlich immer noch voll darauf dass das dass mein paket kommt was ich bestellt habe denn ich habe ja lunas bilder bestellt die luna mal gezeichnet hat und die man ja bei devin art oder so heißt die seite glaube ich bestellen kann gut die haben gesagt es dauert mindestens vier wochen glaube ich es wurde ja schon abgeschickt es kommt ja von sonst wo ich erwarte diese so weißt du schon bezahlt und dann wartet man tausend jahre gut habe ich bei rich und fashion nova teilweise auch wo ich kommt auch aus von sonst wo und fashion nova auch keine ahnung america oder so ich weiß es nicht england ne america ja aber wie auch immer aber darauf warte ich im moment richtig krass weil ich halt gerne weil es wirklich echt kahl aussieht und da will ich ja genau die beiden bilder von luna hin machen und eigentlich will ich mir auch bei amazon diesen pferdekopf hier bestellen den ich mir daran hängen will also was heißt pferdekopf ich meine schon einhorn kopf weil das sieht auch immer so leer aus da hatte ich ja ganz früher mal ein poster zu hängen ja und da habe ich mir dann vorgenommen irgendwann diesen einhorn kopf hinzumachen den habe ich ja auch schon seit ewigkeiten auf der amazon wunschliste der kostet aber auch glaube ich 39 99 also 40 euro klar habe ich in letzter zeit bestimmt auch schon wieder 40 euro manchmal für sachen oder mehr ausgegeben aber die sachen habe ich dann für wichtiger empfunden irgendwie ja ich bin eigentlich dabei wie gesagt und mein zimmer so ziemlich umzugestalten oder was heißt umzugestalten hier ist alles gleich aber packt halt noch ein bisschen voller macht noch ein bisschen mehr deko hin so ist das so ist das das wollte ich nur erzählen ich weiß nicht heute passiert glaube ich nicht mehr so viel ich weiß nicht ob ich mich spontan dazu entscheide noch den vlog für diese woche zu schneiden weil wie gesagt den haul und so hatte ich ja alles gestern schon fertig gemacht den für diesen mittwoch also alles hochgeladen und infobox infokarte und abspann und thumbnail und so ich muss auf jeden fall bald die kamera leer machen ich kann nur noch zehn minuten aufnehmen dann ist die sd karte voll die muss ich auf jeden fall auch demnächst mal leer machen ja keine ahnung entscheide spontan ob ich heute noch schneide ansonsten schneide ich morgen weil bisher habe ich jetzt keine drehanfrage für morgen sein bekommen ja vielleicht gucke ich heute noch mal ein paar folgen von luke die woche und ich wenn ich zeit und lust habe vielleicht gucke ich aber auch youtube-videos oder ich weiß noch nicht mal sehen entscheide ich glaube ich relativ spontan okay gut peace so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020